Liebe Fußballer, es gibt ein paar Abstauber hier in den vorderen Reihen. Schaut, wenn ihr nach vorne kommen könnt, dann ist es ein Abstauber. Dann ist es ein Elfmeter ohne Torwart. Weil die vorderen Reihen sind diejenigen, die Allah Ta'ala am meisten belohnt. Von daher steht auf und ermutigt auch diejenigen damit, mit eurer Tat, dass sie nach vorne nachrücken. Und somit auch die Geschwister leichter, die dann begründet und entschuldigt natürlich, verspätet zur heutigen Predigt erscheinen. Und diejenigen, die sitzen bleiben, die haben alle Rückenschmerzen und das ist natürlich auch mit einbezogen. Wir denken nicht schlecht über unsere Geschwister. Liebe Geschwister, die letzte Freitagsansprache allein für sich genommen ist nicht vollständig und ich kündige da auch eine Fortsetzung an. Und ich möchte mit sieben Punkten aus dem Koran weitermachen, wie man in Bezug auf Informationen zu verfahren hat. Das ist praktisch islamisches Informationsmanagement. Islamisches Informationsmanagement. Und das ist auch nur, wie gesagt, auf gewisse Punkte reduziert, weil das Thema auch ein sehr weites und tiefgehendes ist. Allerdings, inshallah, erhoffe ich mir, dass es eine Zusammenfassung ist, die für uns verwertbar ist. Das allererste, liebe Geschwister, was wir aus dem Koran entnehmen, ist, dass wir grundsätzlich vom Guten ausgehen. Und sechs der sieben Verse, die wir nun im Folgenden behandeln werden, kommen aus der Surat An-Nur, aus der 24. Sure. Wo allein zehn Verse, wovon wir einige heute behandeln werden, speziell offenbart wurden über Aisha, der Frau des Propheten und das, was ihr angedichtet wurde, das, was an Verleumdung ihr entgegengebracht wurde. Aber der Koran, liebe Geschwister, ergibt uns nicht einzig geschichtliche Lektionen, dass wir sagen, ah, interessant, das war damals passiert, sondern er gibt uns zeitlose Lektionen, die wir aus solchen Ereignissen uns zu entnehmen haben. Das erste also ist, wir denken grundsätzlich erst einmal das Gute. Allah Ta'ala sagt in der 24. Sure im 12. Vers Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Das heißt, wir gehen nicht mit einer negativen Brille auf unsere Geschwister los. Allah Ta'ala hat dies in diesem Vers verboten, liebe Geschwister. Zweitens, wenn wir Verleumdungen hören, wenn wir Verleumdungen hören, wie gehen wir mit diesen um? Allah Ta'ala sagt im 16. Vers der 24. Sure Und hätte jedoch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. Man trägt solche Dinge nicht weiter. Denn, drittens, liebe Geschwister, aus dem 13. Vers der 24. Sure entnehmen wir, auch aufbauend auf dem, was wir in der letzten Freitagsansprache weitergegeben haben, dass grundsätzlich der Beweis vom Ankläger zu bringen ist. Nicht der Beschuldigte muss seine Unschuld beweisen. Weil grundsätzlich ist der Mensch erst einmal unschuldig, bis Verweise gegen ihn gebracht wurden. Allah Ta'ala sagt, wie gesagt, in der 24. Sure im 13. Vers Hätten sie doch darüber vier Zeugen gebracht. Also vier Zeugen jetzt hier im Speziellen in Bezug auf den Ehebruch. Hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Das heißt, ohne Beleg, ohne Beweis gibt es auch keine Grundlage dafür, dass man eine Information weitergibt, beziehungsweise, also eine verleumdende Information weitergibt, beziehungsweise, dass man dieser Glauben schenkt. Weiter sagt Allah Ta'ala im Koran. Als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Daraus entnehmen wir, liebe Geschwister, dass eine solche Tat etwas Ungeheuerliches ist. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Kathir hat dies als Kommentar aufgeführt zu diesem Vers. Er sagte, es mag sein, dass ein Diener ein Wort von sich gibt, ohne dass er darauf achtet, ohne dass er diesem Wort ein besonderes Gewicht gibt. Er redet einfach so. Aber durch dieses Wort erregt er den Zorn von Allah Ta'ala und wird tiefer in die Hölle geworfen, als der Abstand zwischen Himmel und Erde beträgt. Das heißt, wir haben erstmal nicht nur einen Respekt vor solchen Angelegenheiten, sondern wir bleiben davon fern. Weil dies sind Angelegenheiten, die ungeheuerlich sind, großartig sind, im Sinne von nicht zu vernachlässigen. Und es mag sein, dass man etwas weitergibt, was einen tiefer in die Hölle bringt, als der Abstand zwischen Himmel und Erde. Fünftens, der Wahrheitsgehalt muss überprüft werden. Allah Ta'ala sagt in der 49. Sure, der 6. Vers, Allah Ta'ala sagt sinngemäß, Das heißt, wir alle sollten nun aufmerksam sein. Und ja, ayuhal adina amanu bezieht sich auf alle Stufen der Muslime. Allah Ta'ala fordert nicht nur die Mu'minin auf, diejenigen, die höhere Rangstufen bei ihm innehaben, innerhalb der Muslime. Weil im Koran werden die Mu'minin gegenüber den Muslimin bevorzugt, an einigen Stellen. Es heißt nicht, Ya ayuhal mu'minun, sondern Ya ayuhal adina amanu. O ihr die, die ihr glaubt. Ob viel Iman oder wenig Iman. Das heißt, hier müssen wir aufmerksam sein. Und einer der Prophetengefährten sagte, wie Ibn Kathir in seinem Tassir festgehalten hat, immer wenn Allah Ta'ala so einleitet, dann gebt gut Acht. Denn entweder er will euch etwas mitgeben, er gibt euch etwas mit, er trägt euch etwas auf, was euch zum Erfolg führt, oder aber er warnt euch vor einer Sünde, die euch ins Verderben führen würde. Wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, oder überhaupt eine Kunde zu euch kommt, in eckigen Klammern, dann schafft Klarheit. Dann schafft Klarheit. Geht der Sache nach. Damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Und wenn es sich ergibt, dass man falsch lag, dass sich diese Information nicht bewahrheitet hat, dies werden wir gleich thematisieren. Zwei Möglichkeiten bleiben übrig. Entweder es ist so, wie die Information es mit sich getragen hat, und dann korrigiert man auf die beste Art und Weise. Man spricht das Herz von dem Bruder oder von der jeweiligen Schwester an. Man bereitet sich ordentlich vor. Man schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geschwisterlichkeit und arbeitet dann sachlich, mit sachlichen Argumenten und mit einem Herz. Das zum einen. Oder aber man stellt fest, in dem Bereich gibt es verschiedene Auffassungen unter den Muslimen. Da muss man aber auch all das praktizieren, was an Lektionen damit einhergeht, was sie hier schon oft thematisiert haben. Und man kann immer noch argumentieren, man kann den oder diejenige dazu einladen, die Position, die man selber vertritt, anzunehmen. Wobei man aber auch zugesteht, dass die jeweils andere Position auch eine gewisse Herleitung hat, auch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Allah Ta'ala sagt in der 24. Sura, im 17. Vers, Allah ermahnt euch, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid. Das heißt, wenn es sich herausstellt, wenn es sich herausstellt, dass man falsch lag oder dass die Information falsch ist, Allah Ta'ala ermahnt einen, dass man so etwas nicht noch einmal begeht. Und abschließend, liebe Geschwister, siebtens, was passiert, wenn man nicht auf der Täterseite steht, sondern das Opfer von einer solchen Verleumdung ist? Was macht man da? Liebe Geschwister, als da ich ja verleumdet wurde, auf schlimmste Art und Weise, möge Allah Ta'ala mit ihr zufrieden sein, gab es auch solche aus ihrer näheren Familie, die daran beteiligt waren. Aus der näheren Familie. Und nicht nur aus der näheren Familie, sondern solche, die vom Vater Aishas, von Abu Bakr, möge man mit ihm zufrieden sein, mit beiden zufrieden sein, immer wieder Hilfsleistungen empfangen hatten. Abu Bakr war in dem Sinne das Sozialamt für diese Person gewesen. Er war nicht fähig, sich selbst zu versorgen, dieser jeweilige Sahabi. Und Abu Bakr war es, der sich um ihn kümmerte. Und trotzdem, liebe Geschwister, war er auch daran beteiligt. Das ist der Hintergrund des folgenden Verses. Und es soll die, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allas Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah Ta'ala euch vergibt? Das heißt, am speziellen Beispiel von Abu Bakr möge ich mit ihm zufrieden sein. trotz dessen, was gegen seine Tochter gesagt wurde, gegen unsere Mutter, weil die Frauen vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, werden in der 33. Suche als die Mütter der Gläubigen bezeichnet. Das heißt, er hatte sowohl religiösen Grund wie auch persönlich, familiären Grund. Und er war auch in dem Sinne nicht verpflichtet, diese Person zu versorgen. Es war der Cousin gewesen, und es gäbe andere Auffangnetze. Das soziale Netzwerk des Islams ist ein großes. Der Islam predigt ein Sozialstaatsmodell. Und trotzdem, Allah Ta'ala, an diesem Beispiel, an diesem gewaltigen Beispiel, weil Abu Bakr, derjenige, der der Besten unter den Menschen ist, außer von den die Propheten ausgenommen und diese gewaltige Verleumdung, welche könnte gewaltiger sein im zwischenmenschlichen Bereich, und trotzdem fordert Allah Ta'ala von ihm, dass er vergibt und nachsichtig ist und sogar noch weiter Gutes gegenüber dieser Person tut, nachdem diese, wie gesagt, auch bereute. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das zum einen, liebe Geschwister, wie gesagt, sieben Punkte, ich denke, wir können alle etwas aus diesen sieben Punkten mitnehmen für unser islamisches Informationsmanagement. liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo es sehr leicht ist, Muslime zu verleumden, wo man wenig und selten Solidarität bekommt aus der Gesellschaft, aber die sollte man auch nicht ignorieren, dazu werde ich später gleich noch etwas mehr sagen und in der Zeit kann es passieren, dass einige von uns frustriert werden oder depressiv werden, traurig werden, eine gewisse Form der Hoffnungslosigkeit sich bei einem einschleicht und am Ende ist dies nicht zum Guten. Es ist schon mal gut, dass man mitfühlt, das zeigt, dass das Herz für den Islam auch schlägt beziehungsweise allein für eine gerechte Sache, denn selbst wenn dies einer anderen gesellschaftlichen Gruppe passieren würde, dann würden wir natürlich auch aus Liebe zur Gerechtigkeit mit diesen zusammenstehen gegen das Ungerechte, gegen die Verleumdung. Das ist selbstverständlich für uns Muslime. Aber vieles von dem, was wir dann fühlen, lässt uns untätig sein, lähmt uns, blockiert uns. Das heißt, wir hören auf, produktiv zu sein. Und in diesem Sinne, liebe Geschwister, möchte ich euch die folgenden Lektionen mitgeben, die folgenden Lektionen der Hoffnung. Maryam, a.s. 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 Sie war in einer Situation gewesen, wo sie sich den Tod gewünscht hat. Wo sie sich den Tod gewünscht hat. Und schaut, wie Allah Ta'ala dieses Gefühl im Koran thematisiert. O, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Dieses Gefühl teilte sie mit Allah Ta'ala. Dieses Gefühl gab sie in ihren Bittgebeten weiter. da gieet ihr von unten zu. Manche Koran-Kommentatoren sagen, es war Jibril gewesen und andere sagen, dass es A.s. a.s. selbst war. Sei nicht traurig, die erste Lektion. Sei nicht traurig. Dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen und schüttelt zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So isst und trink und sei frohen Motos. Sei nicht traurig und danach richtet Allah Ta'ala die Aufmerksamkeit von Mariam auf seine Gaben. Schau, was Allah Ta'ala dir gegeben hat. Schau, was ich dir gegeben habe. Ein Bächlein und dann unbedingt in dieser Situation, ihr müsst euch vorstellen, eine hochschwangere Frau. Allah Ta'ala will sich versorgen durch Datteln. Da ist sehr viel Vitamin D drin übrigens. Ja und das wird auch verabreicht nach der Geburt hier in deutschen Krankenhäusern. Allah Ta'ala hätte sie direkt mit einem Teller aus dem Himmel versorgen können. Aber nein, was sagt er zu Mariam? Er sagte, schüttle den Palmenstamm. Ich kann euch sagen, der Palmenstamm ist so wenig schüttelbar wie eine dieser vier Säulen. Das ist kein Bäumchen, liebe Geschwister. Das ist ein Riesenapparat. Aber da ist die Lektion mit drin, du musst was tun. Und sei es auch noch so symbolisch. Du sollst dich bewegen. Und was war das einleitende Gefühl von Mariam a.s. Sie wollte tot sein. Sie wollte vergessen sein. Aber sei nicht traurig. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf die Gaben von Allah. Und dann sei tätig. Und zuletzt, Allah Ta'ala sagt, und sei frohen Mutes. Das sollte das Ergebnis sein. Frohen Mutes sein. Und auch wenn die Lage noch so aussichtslos erscheint, liebe Geschwister. Und die quranische Sprache gab weiter, dass Mariam a.s. diesen Zustand erreichte und mit Allah Ta'ala kommunizierte, als nahestehender Allah Ta'alas. Direkt danach war die Hilfe da. Fa, ja, Fa nada. Und direkt danach gab es diesen Ruf. Ebenso als Musa a.s. die Kinder Israels mit sich nahm und zu dem Punkt gelangte, den Tod vor Augen zu haben, entweder durch Ertrinken oder durch die Soldaten vom Pharao. Diese Momentaufnahme hat Allah Ta'ala uns festgehalten im Koran. Also als die beiden Gruppen einander sehen konnten aufeinandertrafen und die in Klammern schwachen Gefährten von Musa gesagt haben, oh Musa, wir werden eingeholt. Ja? Was sagte Musa in diesem Moment? Wo das bloße Auge, wie gesagt, zwei Formen des Todes sah. Aber Musa a.s. er sah mit dem Herzen. Er sagte a.s. 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 Aber nein, mit mir ist Allah mein Herr und er wird mich führen. Und er wird mich führen. Hier ist auch diese Botschaft der Hoffnung mitgegeben. Und dann kommt wieder das wunderbare Fa im Koran. Das heißt, direkt danach passierte etwas und zwar Fa au ha ila Musa an i dribbi as so kal bah rafan fal lak fa kanna kull u fir kia taw dil ab dann gaben wir Musa ein schlag mit einem stock auf das Meer und so spaltete es sich und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg und es gab dann diesen Pfad durch das Meer und viele weitere Lektionen die ich weitergeben kann über die Hoffnung selbst in schwierigsten Situationen bei der Grabenschlacht liebe Geschwister wo die Muslime belagert wurden und wirklich große Schwierigkeiten hatten eine Einkesselung vor sich hatten mit diesen Augen hier da sah der Prophet Mohammed mit seinem Herzen und er verkündete dass Allah Persien und Jemen eröffnen wird für die Muslime das heißt in der Situation der Bedrängnis müssen wir mit dem Herzen sehen und Syrien also Asham das Großgebiet um Syrien herum dass Allah die Aggressoren zurückhalten wird und diese Länder für den Islam eröffnen wird das heißt wenn wir bedrängt sind sollen wir nicht diese falsche Art der Trauer haben sollen nicht depressiv werden oder frustriert und wir sollen auch nicht untätig sein sondern wir tun das was in unserem Vermögen ist und sei es weil wir in dem Moment vielleicht nicht mehr als dies tun können dass wir an einem Palmenstamm schütteln auf das Allah ta'ala Versorgung herabkommen lässt als der Prophet Mohammed sallallahu wasallam sich in die Höhle begeben hat bei der Auswanderung nach Medina mit Abu Bakr und diejenigen die sie ergreifen wollten und töten wollten sie hätten sehen können sie hätten sehen können auch diese Momentaufnahme gab Allah ta'ala uns im Koran mit in der neunten Sure im 40. Vers was der Prophet zu Abu Bakr sagte mögler mit Abu Bakr zufrieden sein und dem Propheten Segen und Frieden schenken Sei nicht traurig sei nicht traurig Allah ist mit uns und sofort ist wieder das Vater und direkt danach sandte Allah ta'ala innere Ruhe auf ihn herab und er half ihnen mit einem her was nicht gesehen wurde mit einem her was nicht gesehen wurde er half ihnen aus dieser Situation heraus Hoffnung liebe Geschwister Hoffnung und aus diesem Gefühl wächst Gutes heraus und Imam Madhahabi hat die Hoffnungslosigkeit zu den drei größten Sünden überhaupt gezählt die Hoffnungslosigkeit nach dem Schirk die gesagt innerhalb der drei größten Sünden die man begehen kann weil dies so sehr den Eigenschaften von Allah ta'ala widerspricht dass sich jemand der sich zu ihm bekennt hoffnungslos ist das heißt das wollen wir loswerden wir wollen die trauerlos werden wir wollen auf die Gaben von Allah ta'alas achten wir wollen zum anderen liebe Geschwister wenn man wenn man diskriminiert wird auf verschiedensten Ebenen sei es politisch sei es medial sei es im Bereich des Arbeitsmarktes sei es so gesamtgesellschaftlich beim Einkaufen auf der Straße bei der Wohnungssuche es kommt dann oft vor dass der Mensch von einigen Situationen von einigen Personen von einigen Institutionen auf alles schließt das ist menschlich diese Verallgemeinerung ist etwas menschliches dass man dann ein Vorurteil in sich trägt was man auf alle anderen überträgt das ist menschlich aber wenn wir ehrlich sind ist es nicht gerade das was wir so sehr verabscheuen dass man uns gegenüber Vorurteile hat dass man die Muslime insgesamt misst an den schlechten Taten einiger weniger Muslime ist es nicht das was uns gerade so sehr stört dann sollten wir auch darauf achten dass wir nicht dasselbige liebe Geschwister begehen und nicht verallgemeinern und wer den Koran viel liest wer bekommt diese Kultur des nicht verallgemeinerns automatisch mit Allah sagt beispielsweise im Koran über 65 Mal und die meisten von ihnen nicht alle und die meisten von ihnen und über ein dutzend Mal wenn Allah über bestimmte Typen Mensch spricht sagt er oder eine ähnliche Formulierung außer wenigen von ihnen das heißt dieses nicht verallgemeinern nicht von einem auf alles schließen oder von wenigen auf alles schließen das ist liebe Geschwister koranisches Denken aber oftmals wenn wir in diese Trauer in diesen Frust reingeraten in diese Depression reingeraten wir wollen es irgendwie rausholen dann platzen wir und in dem Moment verallgemeinern wir und das hat teilweise auch schwierige Folgen dann schwerwiegende Folgen wenn wir auf diese Art und Weise platzen weil dadurch dann schrecken wir auch andere von uns ab die sich normalerweise mit uns solidarisieren würden die normalerweise für uns einstehen würden und liebe Geschwister das ist ein Gesetz von Allah Ta'ala dass Muslime immer solche um sich herum haben werden die ihnen beistehen werden die den Lügen kein Glauben schenken werden die sie unterstützen werden auch wenn sie andere Glaubensauffassungen haben das sieht man in der Sira ich möchte über einen Zeitgenossen des Propheten Mohammed etwas ausführlicher sprechen also etwas ausführlicher sprechen ja und wie gesagt ich könnte mehrere Beispiele bringen von seinen Mitmenschen die ihm beigestanden haben als nicht Muslime Muslime Ibn Adi beispielsweise er war Politeist er glaubt an mehrere Götter und er wurde auch nie Muslim er ist als Muschrik gestorben er war es gewesen der Saad Ibn Ubadah von der Folter befreit hat nachdem ihn die Mekaner gefangen genommen haben nach dem zweiten Treueeid von Aqaba er setzte sich für ihn ein und er befreite ihn aus der Gefangenschaft und befreite ihn von der Folter und zuvor war er es gewesen einer von fünf die den Boykott gegenüber den Muslimen also damals wurden die Muslime boykottiert man durfte keinen Handel mit ihm treiben man durfte ihnen auch kein Essen keine Nahrung nichts zukommen lassen und es ging ungefähr drei Jahre er war derjenige gewesen der diesen Boykott nicht respektierte und große Essenslieferungen Kamelladungen den Muslimen hat zukommen lassen und er war es gewesen einer von fünf die diesen Boykott komplett aufgehoben haben durch ihre Aktion zu sagen das ist unwürdig und er war Muschrik gewesen er war Politist gewesen und als der Prophet Mohammed aus Taif kam und wir wissen er wurde dort mit Steinen beschmissen und er in Mekka keinen menschlichen Garanten hatte das heißt vogelfrei war jeder hätte ihn einfach so töten können weil es gab keine Schutz Zusage irgendeines der führenden Persönlichkeiten der Quraysh da war es Mutam Ibn Adi gewesen der gesagt hat ich sage ihm Schutz zu und sogar Abu Jahil konnte dagegen nichts machen und er sagte ich muss dies respektieren und Mutam Ibn Adi er ist mit sieben seiner Söhne und noch weiteren bewaffnet zur Kaaba gekommen um dies zu verkünden als der Prophet dort zwei Gebeteinheiten gebetet hat wie gesagt auf seiner Rückreise von Taif um zu zeigen dass Mohammed unter seinem jüdischen Schutz steht subhanallah und wer war das gewesen es war ein Muschrik gewesen aber wenn wir einfach so verallgemeinern und ja alle sind so und uns isolieren von der Gesellschaft und nichts mit der Gesellschaft zu tun haben wollen ja wie sollen solche Menschen auf uns aufmerksam werden wie sollen solche Menschen überhaupt einen Herzschlag für uns haben wenn es diesen Kontakt nicht gibt wenn es diese ja dieses miteinander auf einer gewissen Ebene nicht gibt was mich sehr beeindruckt hat ja Stephen Curry er wird zurzeit als der wertvollste Spieler in der NBA gehandelt ja vielleicht nicht der beste aber der wertvollste und er hat auch den drei punkte wettbewerb gewonnen und sein Team ist das erfolgreichste gerade in der NBA und er hat am meisten Stimmen bekommen für das Allstar Wochenende er hat er hat seine Schuhe die er dort getragen hat beim Allstar Game der Familie von Diyar Barakat zukommen lassen und er hat auf der Pressekonferenz seine Solidarität mit den Muslimen kundgetan und er ist ein gläubiger praktizierender Christ er redet vom Heiligen Geist in der Umkleidekabine und hat eine eigene Facebook-Seite dafür aufgemacht Curry for Diyar mit schönen Fotos und Subhanallah das heißt wir wollen nicht einfach so verallgemeinern und uns isolieren oder hier in eine kompromisslose Konfrontation mit allem und jedem einsteigen lasst uns Allah an dieser Stelle um Vergebung bitten Allah ist der Einzige der uns zu vergeben vermag das ist anders das ist aber gesagt war ja sehr schön das ist Liebe Geschwister, Allah Ta'ala hat uns viele, viele, viele Möglichkeiten gegeben. Ja, wir müssen nicht nur symbolisch an einen Palmenstamm schütteln, wir müssen weitermachen und dieses Zentrum muss weitermachen in seiner Öffentlichkeitsarbeit. Ich darf euch mitteilen, dass wir seit 2011 1960 Besuche hatten, allein im Rahmen der Moscheeführungen. Es waren 96 dokumentierte Moscheeführungen und wenn ich ehrlich bin, diese Zahlen ärgern mich, weil von 1960 zu 2000 sind es nur 40 und ich hätte gerne dreistellig berichtet, ja über 100, aber kann ich nicht, weil das so dokumentiert ist. Aber soll ich etwas sagen, was diese Zahlen mir sagen, dass einer von euch, ja, zwei, drei, vier von euch eine Moscheeführung mit ihrem Arbeitsplatz hätten ausmachen können oder in ihrer Schule oder im Abendgymnasium oder mit der Studentengruppe oder wie auch immer mit den Nachbarn, mit der Familie. Ja, viele von euch auch haben Eltern, die einer anderen Religion angehören. Ja, wir können, wie gesagt, noch mehr tun, noch mehr tun. Wir haben auch eine wunderbare Broschüre über das nachbarschaftliche Miteinander, was aus dem Koran und aus der Sunda begründet, dass die Muslime gute Nachbarn zu sein haben. Ja, auch in der Minderheitensituation, ja, die gibt es im Infoladen, könnt ihr abholen, könnt ihr an eure Nachbarn weitergeben, an eure, ja, Mitmenschen, Kollegen, Schulkameraden überhaupt, dass man die Hände ausbreitet und sagt, kommt her, ja, nehmt einen Tee, lasst uns ein Gespräch haben, komm, ich zeige dir die Moschee. Oder dass man dies an die Verantwortlichen, die dies regelmäßig tun und dafür auch geschult werden, weitergibt. Auch unsere Homepage, darauf könnt ihr auch verweisen. Wenn irgendjemanden fragen habt, ja, wo geht ihr denn beten? Ja, iisev.de und dort schaut ihr unter Aktivitäten oder unter den Vereinen und die Referenzen und dann seht ihr, was wir in Öffentlichkeitsarbeit innerhalb dieser Moschee und aber auch außerhalb dieser Moschee alles tun. Ich möchte damit schließen, liebe Geschwister. Wir haben eine Aktion vorbereitet, wo wir auch Gäste in unserer Moschee haben, gerade. Muslime retten Leben, Muslime gegen Blutkrebs. Unser Bruder, Jula Budin, der 60 Jahre ist und Blutkrebs hat, er braucht eine Stammzellentransplantation, schwieriges Wort, Transplantation. Aber wenn man es oft wiederholt, dann wird es leicht. Und der Spender muss noch gefunden werden. Und gerade unsere Geschwister aus Afghanistan haben eine höhere Wahrscheinlichkeit. Die ist etwas höher. Aber auch wenn ihr aus Zentralafrika kommt oder aus Europa kommt oder sonst irgendwoher kommt, gebt dies weiter. Ja, also diese Probe, das wird bis halb fünf stattfinden, unten. Dann, wie gesagt, Schwestern in ihrem Bereich und Brüder in jeweils ihrem Bereich. Ihr könnt auch spenden, denn pro Registrierung wird aus Spendengeldern 50 Euro aufgebracht oder muss aufgebracht werden, dass man das alles, diese ganzen Formalitäten klären kann. Aber selbst wenn ihr dies nicht, weil wir sind etwas jugendlich und wir haben wenig Taschengeld und so weiter und so weiter und wir studieren sehr viel, deswegen arbeiten wir auch weniger. Aber allein, dass ihr mitmacht an dieser Aktion und Inshallah werden es eure Stammzellen sein, die das Leben von Jula Budin retten werden. Und er ist Großvater und er ist Familienvater und man hat, wie gesagt, nur Gutes von ihm bisher gehört. Er verdient unsere Hilfe und wie gesagt, es ist nur wenige Minuten, die man dafür zu geben hat. Wir haben auch einen Arzt hier, einen Internisten, der unsere Gemeinde besucht. Der wird es nochmal nach dem Gebet. Ist er hier im Raum? Inshallah, hier am Mikro weiter erklären können. Und Allah Ta'ala, er verspricht, liebe Geschwister, im Koran sinngemäß, dass derjenige, der ein Menschenleben erhält, so bei Allah Ta'ala belohnt wird, als ob er die gesamte Menschheit gerettet hätte. Als ob er die gesamte Menschheit gerettet hätte. Deswegen, wie gesagt, nehmt euch Zeit nach dem Freitagsgebet für diese Aktion. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Kuddus, oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte lass uns deine Vergebung empfangen. Oh Allah, bitte lass uns stetig an deiner Rechtleitung teilhaben. Lass uns von Stunde zu Stunde dir näher kommen, oh Allah. Von Tag zu Tag dir näher kommen, oh Allah. Bitte hilf uns, von den großen Sünden fernzubleiben, oh Allah. Und bitte spanne uns ein in die Arbeit für dich, oh Allah. Bitte hilf uns, unsere fünf Gebete in der richtigen Zeit täglich zu verrichten. Allahumma amin. Mit einem anwesenden Herz, mit einem flehenden Herzen, oh Allah. Oh Allah, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und rechtleite all diejenigen, in denen du gut ist siehst, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, für alle Unterdrückten, für alle Bekriegten, für alle Gefolterten, für alle Hungernden, für alle Ausgehungerten, oh Allah. Für alle Durstenden, für alle Kranken, für alle Notleidenden, für alle Verzweifelten, für all diejenigen, die Trost brauchen, oh Allah. Oh Allah, bitte stehe all diesen Menschen bei, erleichtere ihnen ihre Not, schenke ihnen Erleichterung nach der Erschwernis und schenke den Muslimen Selbstbestimmung, oh Allah, auf dass sie dir einzig und allein dienen dürfen, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, und bitte lass uns all diesen Menschen ein Beistand sein, durch die Gaben, die du uns gegeben hast, oh Allah. Durch die Möglichkeiten, die du uns gegeben hast, oh Allah. Lass uns von unserer Zeit spenden, von unserer Gesundheit spenden, von unseren Geld spenden, oh Allah, von unseren finanziellen Mitteln spenden, auf das wir für eine bessere Welt sorgen. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Oh Allah, bitte lass uns Überbringer deines Lichts sein, oh Allah, und schenke uns hierbei Erfolg. Bitte lass uns tagtäglich an unserem Charakter arbeiten, so wie andere an ihrem äußeren arbeiten und noch mehr, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von ihr beten hat. Und bitte schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir Schutz und Zuflucht gesucht hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kamar sallayta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim kamar barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid. Liebe Geschwister, greif tief in die Taschen und lasst es rascheln, rascheln für die Aktivitäten, dass wir den Besuchern anständige Kekse anbieten können und auch etwas Schokolade mit auf den Weg geben können, nachdem sie hier an einer Moscheeführung teilgenommen haben. Und ihr wisst, ja, Wasser kostet Geld, Strom kostet Geld, Miete kostet Geld, Aktivitäten, liebe Geschwister, müssen nun mal finanziert werden. Deswegen greif tief in die Tasche und lasst es dann auch rascheln und nicht klimpern. Und ihr wisst, ja, Wasser kostet Geld, glaube ich.